Kopien von Nachrichten auf dem Server lassen Outlook lädt standardmäßig alle Mails vom jeweiligen Mail-Server herunter und hinterlässt keine Kopien. Wenn Sie Ihre Mails jedoch von mehreren PCs aus mit Outlook abrufen möchten, sollten Sie diese Einstellung ändern, um alle Mails auf allen Rechnern lesen zu können. Wählen Sie zunächst im Menü Extras Kontoeinstellungen. Klicken Sie im erscheinenden Fenster doppelt auf Ihr E-Mail-Konto. Unter Weitere Einstellungen suchen Sie das Register Erweitert. Setzen Sie nun ein Häkchen bei Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen. Wahlweise können Sie auch vom Server nach einer bestimmten Anzahl von Tagen entfernen auswählen, damit Mails nach einiger Zeit automatisch gelöscht werden. Anschließend bestätigen Sie mit OK. Zum Abschluss klicken Sie nacheinander auf die Schaltflächen Weiter, Fertigstellen und Schließen. Empfangene Mails bleiben nun auf Ihrem Mail-Server und können in anderen Orts erneut abgerufen werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.